Hallo, Servus und herzlich willkommen heute zu diesem kurzen V-Log-Video. Es gibt wieder was zu feiern und zwar hat mein Kanal die letzten Tage jetzt eine Million Klicks erreicht. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch da draußen, die ihr meinen Kanal so fleißig verfolgt und anklickt. Ich freue mich wahnsinnig darüber, es ist ein toller Meilenstein in meiner Kanalgeschichte sozusagen und ich möchte das ganze mit euch feiern, denn ihr habt das ganze natürlich möglich gemacht und zwar möchte ich nämlich drei T-Shirts aus meiner Kollektion verlosen und zwar an euch. Ihr sollt natürlich daran teilhaben an meinem Erfolg und das ganze funktioniert eigentlich ganz einfach. Schreibt einfach unter dieses Video einen schönen Kommentar und bringt in diesem Kommentar irgendwo unter Hashtag Million. So kann ich das ganze dann später auslosen. Wir werden dann in Kontakt treten und ihr bekommt ein T-Shirt zugeschickt. Natürlich nicht die T-Shirts, die ich jetzt bereits schon anhatte. Ihr bekommt es natürlich nagelneu und druckfrisch zugeschickt. Es werden auch keine besonderen Designs verlost. Ihr könnt euch eins aus diesen ganzen Designs aussuchen. Es handelt sich um diese T-Shirts hier. Es sind T-Shirts dabei natürlich von meinem Kanal Franz Kanz, dann auch von meinem Künstlerkanal Red Hot & Sharp Entertainment oder auch ein T-Shirt von meiner Band. Da habt ihr dann freie Auswahl. Einsendeschluss sozusagen oder Gewinnspielende ist am 27. März um 12 Uhr Mittag. Bis dahin habt ihr Zeit die Kommentare abzugeben. Danach findet die Auslosung statt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Wenn ihr ihn jetzt noch schnell abonniert, die Glocke aktiviert und auch dem Video und natürlich den anderen Videos auch einen Daumen hoch gebt. Das war's und wir sehen uns nächsten Samstag zum nächsten Video wieder. Servus!